Ich freue mich natürlich riesig. Ich habe einfach gespürt, dass sehr, sehr viel Mühe da reingesteckt wurde, mich hier zu verpflichten. Es ist ein cooler Verein, coole Stadt und ich freue mich auf die Aufgabe. Nach unserem Spiel in Dortmund war das Erste, was ich gemacht habe, natürlich auf das Ergebnis zu gucken. Trotz der Niederlage habe ich mich sehr gefreut, dass es mit dem Klassenerhalt geklappt hat. Arne, Dorschi und Merging kenne ich natürlich schon. Uns verbindet einfach ein riesengroßes Erlebnis, das wir gemeinsam verbringen durften. Klar, das verbindet auf jeden Fall und ich freue mich, die drei dann hier bald wieder zu sehen. Für mich persönlich gilt es jetzt einfach, mich ins Tor zu kämpfen. Ich möchte jedes Spiel spielen und als Mannschaft gilt es einfach darum, eine stabile Saison zu spielen. Nicht bis zum Ende, um den Klassenhalb banken zu müssen, aber da bin ich sehr, sehr optimistisch. bis zum Ende, zwei klassen Selbst können... ...